Hallo zusammen, Heizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Satives Untergangs anzunehmen bei Tivus Schwarzhorn, im Hyal, an dieser Stelle. Vor Quest war, wenn ihr nicht gegen uns seid, wir sollen 8 Galbären sammeln. Ok, dazu greifen wir diese Neutralen Mobs an, Klackendes Gras, und von denen sollten wir dieses Quest Item bekommen, Galbäre. Loote mal, ab 5, hier ist nix gedroppt oder wie? Also es gibt die Möglichkeit, dass euch dieses Klackendes Gras kein Quest Item gibt, aber die haben so wenig Leben, einfach ein paar töten und bluten, dann solltet ihr schnell alles zusammen haben. Da habe ich es schon zusammen. Das ganze war in diesem Gebiet, wo man die Quest angenommen hat. Ich hoffe, das ab jetzt zu sehen. Quest ist dann abzugeben bei Tivus Schwarzhorn, im Hyal, an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach Video positiv bewerten und oder meinen Kanal abonnieren. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wer wäre cool, wenn ihr da auch vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.